hallo meine lieben heute mal wo ganz anders habt ihr mal einen anderen hintergrund ich bin heute mal bei meinem eltern zu hause und drehe für euch das video und zwar handelt es sich heute alles um ticks und vor allem um meinen tick ich hatte jahrelang den tick nägel zu kauen und ja ich habe es jetzt eigentlich ganz gut in den griff bekommen ich kann euch jetzt mal meine nägel zeigen ich hoffe der fokus wird auf meine nägel jetzt gesetzt es sah wirklich sehr sehr schlimm aus und meine nägel sehen jetzt so aus wie ihr sie jetzt seht und ich würde euch gerne sagen wie es dazu gekommen ist und wenn ihr das wissen wollt bleibt dran ja kommen wir doch gleich mal zu meinen anfängen ich weiß gar nicht wie ich angefangen habe ich glaube ich habe mein anderes kind dabei beobachtet wie es nägel geknappert hat und ich habe das nachgeeifert und ja und habe es leider bis heute behalten und konnte es mir nie abgewöhnen das ist recht schade aber wie schon gesagt es gibt eine lösung ich habe vor allem angefangen es gibt in apotheken oder auch im einzelhandel nagellacke die einen bestimmten geschmack haben und zwar meistens ist es ein sehr sehr ekliger ich hatte zum beispiel pfeffer als geschmackssorte es gibt aber noch dutzende andere leckere geschmackssorten und deswegen ja das soll halt daran hindern an den nägeln zu knabbern die habe ich mir auch drauf gemacht auf die nägel genauso wie ich andere lacke mal probiert habe wie zum beispiel klarlack es gibt also diese transparent lacke oder diese nagel härter ich habe sogar auch farblacke mitgenommen weil ich gedacht habe die sind vielleicht ein bisschen robuster und stärker dies war nicht so aber okay aus vielen landmann ja ja das problem von diesen lacken die man sich auf den finger drauf macht ist ganz einfach dass sie absplittern ja ich habe zum beispiel gelesen dass viele nagelkauer gar nicht eigentlich den nagel an sich kauen wollen sondern es geht ihnen viel mehr um die haut und so ist es auch bei mir also ich fahre immer sehr unbewusst um so über meine nagelspitzen sobald ich eine unebenheit bemerke möchte ich diese entfernen und die entferne ich dann meistens natürlich mit den zähnen was eben gerade da ist und ja und meistens ist dann der nagel im weg und dementsprechend wird er entfernt um an die stelle zu kommen das problem bei den nagellacken ist ganz einfach sie splittern und zwar wenn man hier so an der seite dann lang fährt dann reiten die zähne dann an den nagellack und dementsprechend später der ab und wenn der nagellack nicht mehr an dem nagel dran ist dann kann er ihn auch nicht mehr schützen und aus dem grund knabbelt man weiter also ich bei mir war das so ein weiterer punkt den ich auch so oft probiert habe ich habe mein freund oder meine freundin drum gebeten wenn wir in film zum beispiel gucken wenn ich anfangen zu knabbern soll sie mich darauf soll es mich darauf aufmerksam machen das würde ich euch nicht empfehlen es führt einfach oftmals zu streit oder man macht in dem moment ja einfach es ist halt wie eine kleine sucht man macht halt auch gerne man will diese unebenheit und weg bekommen wenn dann einer dann sagt hey hör auf hör auf das ist nicht gut dann ist man sauer auf den jenigen obwohl da eigentlich das richtige tut und deswegen würde ich sagen lieber was anderes eine andere möglichkeit sehen und zwar meine lösung des problemes waren am ende die gel nägel und das ist eigentlich schon ziemlich schon etwas länger her da war ich bei der bei der nageldesignerin oder bei einer nageldesignerin aufgrund eines bewerbungsgesprächs da wollte ich eine ordentliche nägel haben und ja sie hat mir künstliche nägel drauf gemacht solche tipps heißen die auf auf englisch glaube ich oder im fachtermin hier heißen sie tipps und schließlich mit gel modelliert und ja die erste sitzung das ist natürlich der negative punkt kostet gleich mal 60 bis 70 euro und ja dann hat man immer weiter laufende kosten also man muss ja dann immer wieder zu bestimmten zeiten und ab einem bestimmten zeitraum diese nägel ja wieder auffüllen und dementsprechend kostet das ungefähr auch immer noch mal um die 30 euro es ist schwank natürlich je nachdem bei wem ihr die naht nägel modellieren lässt ja aber natürlich ist es eine reine professionalität die er da an euren nägel lässt das finde ich ganz klar also wenn ihr wirklich sagt das geld das bezahle ich gerne es ist natürlich auch ein stück wellness für euch und deswegen also wenn ihr das geld habt ich sage euch macht das echt das wirklich schön ist es sieht dann auch wirklich schön aus gut ich habe mich für den weg entschieden und zwar ist dass die do it yourself variante ich habe bei amazon zu einem starter kit für gel nägel gekauft gibt es meistens zusammen schon mit einer uv lampe ich würde euch zu einer led lampe raten also ein starter kit mit led lampe wenn es das gibt sind aber meistens noch ein bisschen teurer weil das noch eine recht neue also eine recht neue technologie ist aber das ist wesentlich freundlicher zu eurer haut an der hand deswegen würde ich euch da zu raten jedenfalls habe ich angefangen mit diesen do it yourself kits und es ist immer eine anleitung mit dran oder mit drin wie auch immer und er müsst auch genau nach dieser anleitung verfahren also ihr müsst aufpassen dass sie nicht an die nagelhaut kommt dass er die nagelhaut auch vorher zurückschiebt ihr müsst genau aufpassen wann ihr clean und so weiter und so fort also solche sachen müsst ihr da wirklich aufpassen und wie lange ihr vor allem das auch aushärten lässt denn wenn ihr das nicht macht entstehen oft lufteinschlüsse und die führen dazu dass sich die gehnägel von dem naturen nagel abheben und dementsprechend sich ablösen lassen und dann ist wieder die gefahr gegeben dass sie anfang mit knabbern und und wenn es mal passiert ist auch kein problem ihr müsst aber dann also bei mir ist es der fall ich muss dann sofort so schnell wie es nur geht wenn ich zu hause bin sofort den nagel neu modellieren damit ich nicht anfangen zu knabbern es ist ganz einfach so bei mir und bei der nagel designer ist es dann auch so bei mir gewesen oder habe ich es so gelöst dass ich immer gleich an dem tag wenn ich die nägel modelliert habe gleich einen termin den weiteren termin ausgemacht habe das war eigentlich ganz gut würde ich auch euch raten damit ihr permanent immer schöne gel nägel habt sage ich jetzt mal und nicht in die versuchung in die versuchung kommt denn das tolle an den gel nägeln ist die sind viel zu stark viel zu dick die nägel die sind so stark und fest da kann man wirklich nicht kauen und sie wachsen unaufhaltsam sage ich jetzt mal die nägel und je länger sie werden an desto also an weniger stellen kommt ihr dann letztendlich um zu knabeln und das ist das das ist dieser teufelskreislauf den er dann dementsprechend durch bricht und das hat mir perfekt geholfen ja also welchen weg ihr euch entscheidet das ist eure sache ich kann euch nur sagen ich habe jetzt hier noch mal einen den klein hier den habe ich jetzt erst modelliert als zum beispiel habe jetzt mit der hand erst mal angefangen die kommt jetzt erstmal noch dran der ist jetzt das ist mein letzter nagel den ich der so kurz beim hessler so abgeknabbert ist den habe ich gestern mal mit gel modelliert fiel mir dann auch auf dass man das natürlich wie viel besser machen kann das würde ich euch auch raten wenn ihr das natürlich nicht mit eurem french gel macht ich würde dann doch lieber nur die drei gele nehmen und zwar wäre das an der primer das haft gel oder das haft gel nach dem was in eurem starter drin ist ist ein und dasselbe dann das aufbau geht das rosé gehe und als drittes das ein phasen gel diese drei gele kommen dann kombiniert auf eure hände jeweils immer die ausgehärtet und dann würde ich die wachsen lassen also ich würde da kein french machen weil das sieht wie ihr schon seht das sieht ja ein bisschen blöd aus aber das habe ich jetzt an dem hier gemacht weil alle anderen french haben das sieht ja dann sehr an mir jetzt komisch aus wenn hier auf einmal keiner wäre aber ich würde es euch so raten wenn ihr jetzt überall geknabbert habt macht ihr erstmal nur diese drei gele drauf und wartet bis eine gewisse länge erreicht ist und dann kommt das french drauf oder ihr meint sogar auch farben es gibt ja auch farb gele das geht genauso also da ist eure fantasie keine grenzen gesetzt so da sind wir schon am ende meines videos und ich hoffe ich könnte euch ein bisschen behilflich sein falls ihr noch noch die nagel knabberei bekämpfen wollt und ja falls ihr das noch tut oder falls ihr nagel eure nägel abgeknabbert habt und es aber anders besiegt habt schreibt es mir unten in die kommentare es interessiert mich wirklich sehr stark oder habt ihr andere tics zum beispiel ein freund von mir der knabbert super gerne an der innenseite der backe das ist auch nicht das habe ich auch noch nicht gehört das gibt unwahrscheinlich wahrscheinlich sehr sehr viele tipps tics und ja falls ihr auch einen seltsamen oder lustigen oder vielleicht auch ein ganz anderen tic habt könnt ihr mir den auch unten in die kommentare mit schreiben ich freue mich wirklich das durchzulesen und ich danke euch viel viel vielmals fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns wieder und ja bei bis zum nächsten Mal